Das glaube ich ja nicht. Wer traut sich mit so einer Karre hier auf dem Hof zu fahren? Unfassbar. Die auf Understatement machen. Wo sind wir denn? Wer macht sowas? Ich mach sowas. Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Der Dacia Duster. Jetzt schon ab 10.490 Euro. Von Deutschlands wertstabilster Marke Dacia.